Ich zeige dir heute die fünf wichtigsten Werkzeuge für die Arbeit mit Logic Pro. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Falls du neu dazugekommen bist zu Logic von einer anderen DRW, falls du gerade erst mit Logic angefangen hast, dann empfehle ich dir unbedingt als allererstes meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir zehn Tipps, wie du Logic für dich und für deine Arbeit individualisieren kannst und wie du schneller in Logic arbeiten kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt als PDF, da kannst du sie dir runterladen. Sehr empfehlenswert, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Ihren Workflow in Logic schneller zu machen. Und jetzt geht es los mit den fünf wichtigsten Werkzeugen in Logic Pro. Wir alle wissen, in der Musikproduktion ist Zeit, Geld und wir laufen auch immer ein bisschen gegen die Zeit, denn unsere Ohren ermüden schnell und gerade wenn du am Abmischen bist, solltest du zumindest so zügig wie möglich arbeiten können. Und dazu musst du deine DRW einfach gut kennen und dazu musst du auch die Werkzeuge, die entsprechenden Werkzeuge, die für dich und für deinen Workflow wichtig sind, sehr, sehr gut kennen. Du musst dich gut auskennen, damit du schnell und effizient arbeiten kannst. Und ich fange jetzt gleich an mit Werkzeug Nummer eins, das für mich das wichtigste Werkzeug ist in Logic überhaupt und eigentlich in jeder anderen DRW natürlich auch und das ist das Zeigerwerkzeug. Also hier ist unser wunderbares Zeigerwerkzeug und du siehst es hier oben in Logics Werkzeug, da ist ja auch nochmal angezeigt. Das ist der Zeiger in Pro Tools und in Cubase heißt der, glaube ich, Grabber oder Greiferwerkzeug. Aber hier kannst du alles Wichtige damit machen. Das heißt, ich kann also hier Bereiche markieren, das siehst du hier in Logic an dem blauen Rand. Jetzt ist das Arrangementfenster markiert, jetzt ist der Piano Roll aktiv, jetzt zum Beispiel sind die Loops aktiv und so weiter. Also das kann ich hier mit dem Zeiger machen und natürlich auch alle anderen üblichen und wichtigen Funktionen in einer DRW. Ich kann also hier die Regionen greifen, hin und her verschieben oder auch hier wieder Sachen anzeigen, zum Beispiel meinen Spurheader und so weiter. Was ich an Logics Werkzeugen so gut finde, sind die vielen Sekundärfunktionen, die sie haben. Das heißt, mit einem Werkzeug und speziell mit diesem Zeigerwerkzeug hier kannst du nicht nur eine Aufgabe erledigen, sondern sehr, sehr viele Aufgaben erledigen, wenn du zum Beispiel andere Funktionstasten drückst oder dir Zonen einteilst, zu was wir gleich kommen. Also zunächst mal kannst du jetzt hier, wenn du die Option-Taste gedrückt hältst, an eine Region zum Beispiel kopieren. Das kannst du auch machen, wenn du Command-Copy drückst, dann hier in einen bestimmten Bereich gehst und Command-V drückst, Copy und Paste, wir kennen es alle. Und du hast jetzt gesehen, dass er hier diese Region in diese untere Region verschoben hat. Deswegen habe ich es gezeigt, das ist ganz interessant. So kannst du Regionen von einer Spur in eine andere Spur kopieren und auch gleich an die Stelle hin kopieren, an die du sie hin kopiert haben möchtest. Das ist jetzt nicht direkt was mit dem Werkzeug, ich wollte es nur als Zusatztipp hier noch erklärt haben. Ich habe also schon gesagt, dass wenn du Option gedrückt hältst, hier eine Kopie machen kannst. Was du auch machen kannst, ist, wenn du in unterschiedliche Bereiche von Regionen fährst, zum Beispiel hier. Wenn ich jetzt hier in das obere Drittel von einer Region gehe, dann siehst du das Loop-Zeichen. Und wenn ich jetzt hier eine Region ziehe, dann loopt er mir diese Region so weit, wie ich möchte. Wenn ich etwas weiter nach unten gehe mit dem Mauszeiger, dann siehst du, dass ich hier Regionen stretchen kann. Also ich kann sie weiter auseinanderziehen. In dem Fall ist das hier jetzt eine Audio-Region. Aber gerade bei mir die Region ist das sehr geschickt. Du gehst also hier ins untere Drittel und kannst dann die Region länger und könntest dann hier zum Beispiel im Piano-Roll-Editor jetzt hier hinten gleich was einzeichnen, wenn du wolltest. Und jetzt kommen wir zum ersten Spezial-Trick, den viele nicht wissen mit dem Greiferwerkzeug, oder mit dem Zeigerwerkzeug heißt es bei uns, ist, dass du Audio-Regionen stretchen kannst. Und zwar, wenn ich jetzt hier nochmal hingehe, und ich kann jetzt diese Region hier einfach länger ziehen, solange sie tatsächlich ist, diese Audio-Region. Aber jetzt pass mal auf, wenn ich hier die Option-Taste gedrückt halte, dann siehst du das Flex-Zeichen. Und das bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel diese Region hier auf die doppelte oder auf die anderthalbfache Länge stretchen. Ich gehe also nochmal hier unten hin, drücke die Option-Taste und jetzt siehst du, wie ich hier ziehen kann. Und so kann ich also eine Audio-Region oder kannst du ganze Audio-Regionen tatsächlich stretchen. Ich muss nochmal kurz nachrechnen, aber jetzt läuft die Region langsamer oder eben natürlich schneller, wenn du sie dann zusammenstauchst. Das geht auch. Ich kann sie jetzt hier auf die Hälfte zusammenstraufen mit dem Stretching-Werkzeug und dann würde jetzt dieser Bass in diesem Fall doppelt so schnell spielen. Okay, was jetzt natürlich ein bisschen seltsam klingt. Ich mache das hier mal wieder alles rückgängig und ich zeige dir jetzt den nächsten Spezial-Trick, den du machen kannst mit dem Zeiger-Werkzeug und das ist, indem du Klickzonen festlegst. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Region vergrößere, siehst du, ich habe hier ein Zeiger-Werkzeug und ich habe jetzt hier, wenn ich an den Rand gehe, einmal die Möglichkeit zu loopen und dann zu strecken oder zu stretchen. Sonst kann ich aber hier erstmal noch nichts machen. Und wenn wir jetzt ein paar Einstellungen vornehmen, dann können wir diesem Zeiger-Werkzeug noch mehr Funktionen zuweisen. Und zwar machen wir das über Logic Pro und über Einstellungen allgemein und gehen dann hier auf Bearbeitung und jetzt siehst du hier Klickzonen für Fade-Werkzeug und Klickzonen für Marquee-Werkzeug. Das kreuze ich jetzt zunächst mal an und dann gehe ich wieder hier hin und wenn du jetzt nochmal drauf schaust, wenn ich jetzt hier in diese Region gehe, dann habe ich hier oben wieder mein Zeiger-Werkzeug. Wenn ich aber hier runterrutsche, verändert sich das Zeiger-Werkzeug, ohne dass ich jetzt irgendwas drücken musste oder eine Funktionstaste drücken musste, in mein Marquee-Werkzeug. Weil so kannst du ultra schnell hier zwischen zwei Funktionen auswählen, ohne großartig irgendwas extra machen zu müssen oder extra drücken zu müssen. Die nächste Klickzone, die wir jetzt eingerichtet haben, ist das Fade-Werkzeug und zwar hier oben. Wenn ich jetzt hier oben hingehe, siehst du, dass nicht mehr dieser Pfeil nur bleibt ganz oben, sondern es erscheint hier so ein Doppelpfeil und mit dem kann ich jetzt Fades einzeichnen für meine Region. Das ist nicht schlecht. Das sind jetzt, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf oder sogar sechs Funktionen in einem einzigen Werkzeug. Und damit geht es weiter mit Werkzeug Nummer zwei und das ist das dritte Werkzeug, das Rechtsklick-Werkzeug, das wir uns erstmal anlegen müssen. Du siehst, jetzt hier oben habe ich mein Zeiger-Werkzeug als Klickzeug oder Linksklick festgelegt und ich habe hier mein Marquee-Tool als Command-Klick-Werkzeug festgelegt. Das heißt, ich drücke die Command-Taste und es wird zum Marquee-Werkzeug. Es wäre aber natürlich cool, wenn wir jetzt noch ein Rechtsklick-Werkzeug hätten, dann müssten wir hier oben nämlich noch weniger umschalten. Im Moment, wenn ich jetzt hier auf Rechtsklick, dann erscheint der Werkzeugkasten. Das kann nützlich sein, manche arbeiten ganz gerne so. Ich arbeite aber gerne noch mit einem Rechtsklick-Werkzeug und das richten wir uns auch ganz schnell ein und zwar über Einstellungen allgemein. Wieder, wo wir gerade waren, dann gehst du hier auf Bearbeitung und dann kannst du hier rechte Maustaste, im Moment steht jetzt Öffnet-Werkzeug-Menü und kann einem Werkzeug zugewiesen werden, wähle ich jetzt aus. Klack. Und jetzt siehst du, dass hier oben ein drittes Werkzeug erschienen ist in der Leiste und das ist das Scheren-Werkzeug. Ich kann mir aber natürlich auch jedes andere beliebige Werkzeug hier festlegen. Mein drittes Lieblings-Werkzeug ist das eben schon angesprochene Marquee-Werkzeug. Mit dem kannst du einfach wahnsinnig viel machen. Also ich muss es nicht extra auswählen, ich gehe einfach hier unten rein und ich kann jetzt zum Beispiel ganz schnell hier eine Stelle aussuchen und kann die muten, indem ich auf Mute drücke und er teilt mir das dann auch gleich hier und somit könnte ich sie auch sehr schnell hier rausziehen zum Beispiel, ausschneiden oder kopieren oder was auch immer kann ich jetzt sehr, sehr schnell über dieses Marquee-Tool machen. Also bestimmte Bereiche zu markieren oder zu kopieren oder rauszuziehen. Nicht ganze Regionen, sondern einfach bestimmte Bereiche aus Regionen. Wofür das Marquee-Tool auch sehr nützlich ist, ist Automation. Wenn ich hier zum Beispiel mein Automationsfenster öffne, möchte ich jetzt hier das Volume, also die Lautstärkespur ist ja ausgewählt, leiser machen, sagen wir mal in Takt 27, dann müsste ich jetzt umständlicherweise zunächst mal hier meine Punkte einzeichnen. Eins, zwei, drei, vier und könnte jetzt hier diese Stelle leiser machen. Das ist sehr, sehr umständlich und da brauche ich fünf oder sechs Arbeitsschritte, nur um eine Stelle leiser zu machen. Das kannst du jetzt über das Marquee-Tool auch wieder viel einfacher machen. Und zwar, indem du dir die Stelle hier auswählst und dann mit dem Marquee-Tool hier runtergehst, das ist ja unser Klickzonen-Werkzeug, also immer in der unteren Hälfte. Und jetzt kann ich einfach hier reingehen, kann diesen Bereich auswählen. Wenn ich jetzt auf die Automationsansicht gehe, kann ich den Bereich hier leiser ziehen und die Punkte legt er mir schon automatisch fest. Nicht schlecht, oder? Kommen wir zu Werkzeug Nummer 4, das ich auch sehr gerne benutze und sehr oft benutze und das ist das Scheren-Werkzeug, das wir uns hier praktischerweise schon als Rechtsklick-Werkzeug festgelegt haben. Du musst es oft machen, gerade beim Produzieren oder Arrangieren oder vor dem Mixen, wenn du zum Beispiel Takes raussuchst, musst du manchmal Stellen ausschneiden, wegschneiden und durch andere ersetzen oder musst andere hinkopieren, wenn der Musiker einen Fehler gemacht hat und so weiter. Das mache ich in Verbindung mit dem Marquee-Werkzeug und eben auch dem Scheren-Werkzeug. Das Scheren-Werkzeug funktioniert natürlich denkbar einfach, du klickst irgendwo drauf und erteilt dir dann hier diese Region oder natürlich auch mehrere Regionen, das geht nicht nur für eine. Und es gibt noch einen coolen Trick mit dem Scheren-Werkzeug, den ich dir gerne zeigen möchte. Und zwar, wenn du eine Region in mehrere gleiche Teile schneiden möchtest. Das ist wirklich nicht schlecht mit dem Scheren-Werkzeug hier und zwar möchte ich jetzt hier jede Achtel, also auf jeden Beat möchte ich jetzt diese komplette Region hier teilen, weil ich zum Beispiel die auseinanderziehen möchte oder weil ich sie untereinander vertauschen möchte. Und dazu hältst du einfach die Option-Taste gedrückt, während du mit der Schere hier schneidest. Und jetzt siehst du, er hat mir diese Region in lauter gleichmäßige Schnipsel hier unterteilt. Und jetzt kann ich hier gemütlich irgendwie mir zum Beispiel einen, könnte ich mir hier einen Loop bauen. Wenn das jetzt ein Loop wäre und dann verschiedene Instrumente, könnte ich mir jetzt hier die Bassdrum raussuchen, hier die Hight raussuchen und könnte mir hier einen Loop zusammen basteln, den ich hier gesliced habe, sozusagen, wie man das in einem Sampler auch machen kann. Aber hier ist es eben im Arrangement-Fenster. Das mache ich relativ oft und das ist auch ein super genialer Workflow mit dem Scheren-Werkzeug. Und damit kommen wir schon zum fünften Werkzeug und das ist mein neues Lieblings-Werkzeug seit Logic 10.7.5 und das ist das Gain-Tool. Mit dem Gain-Tool kannst du das Volume einer Spur leiser oder lauter machen. Das war in Logic immer beim Gain-Staging, vor dem Mixen immer so ein bisschen nervig, denn wenn ich jetzt zum Beispiel diese Spur hier leiser machen wollte, vorher, dann müsste ich hier reingehen, müsste ich hier umständlich beim Pegel rumfummeln und müsste jetzt hier zum Beispiel 0 dB eingeben und dann wäre diese Spur jetzt leiser geworden. Das ist nervig und ganz gerne mache ich mein Gain-Staging auch am Anfang, wenn ich den Rough-Mix erstelle, während die Musik läuft und kann dann auch besser zuhören, okay, ist das Gain zu laut, ist die Spur zu laut, ist die zu leise, hat die zu einen hohen Eingangspegel, möchte ich den tiefer machen und das geht jetzt mit dem Gain-Werkzeug super und zwar lege ich mir es jetzt als Rechtsklick-Werkzeug fest, so habe ich das bei mir immer und jetzt klickst du einfach hier drauf und jetzt siehst du hier, kannst du hier und die Wellenform geht auch mit dem Gain von den einzelnen Spuren wirklich super schnell und super einfach lauter oder leiser machen. Es funktioniert nur bei Audiospuren, nicht bei Midi-Spuren, aber für Midi-Spuren ist das auch jetzt irrelevant und hier kannst du also während du abhörst, wenn du zum Beispiel deinen Rough-Mix machst, einige Spuren dann einfach zu laut du übersteuerst, kannst du hier während du abhörst mit dem Gain-Tool die Spuren lauter oder leiser machen. Also auch ein absolut nützliches Werkzeug. Das waren meine fünf Lieblingswerkzeuge. Was sind deine Lieblingswerkzeuge? Das würde mich interessieren oder habe ich jetzt ein ganz wichtiges vergessen, das ich überhaupt nicht angesprochen habe, das du ständig benutzt. Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls du dieses Video hier nützlich fandst und möchtest dir weitere Tutorials über Logic Pro anschauen, dann empfehle ich dir unbedingt diese Playlist. Da habe ich weit über 100, ich glaube inzwischen fast 200 Videos mit Logic Tutorials. Da ist bestimmt irgendeines dabei, das auch deine Frage beantwortet. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!